Ok, ich hab ein kaputtes Wheel Dann ist kaputt. Ich fahre beide Reiter Ab gehts Das nächste Auto schrott Klappt doch guuuuut von wegen Jetzt hab ich auch einen kaputten Reifen. Toll Den Leben Kannst du mich irgendwie totfahren oder so, dass wir dann... Tja, hab wir rufen können Versuch mal rauszuspringen Vielleicht doch, nee, dann kriegt man nichts Wow Ich hebe ab Ich bin tot Äh, er ist ein bisschen... Tüge gefahren hat einen Stein nicht gesehen Ja, dankeschön Kannst du mal stehen bleiben? Gerne Danke sehr, geht gleich besser Sonst geht's mir eigentlich ganz gut Ja, danke Wir müssten einfach den, äh, Direct-Kanal wechseln Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ja, sonst geht's mir gut, dankeschön Äh, ich hab hier noch Eider für sie Ich repariere schon mal der Borde Das wäre sehr gut Das seid ihr verhafen Das seid ihr verhafen Das seid ihr verhafen Das seid ihr verhafen Oh, wo liegt das Geld? Ah, da Wo waren sie gerade denn hin? Wir wollten gerade zur Salzmine In dem Auto? Ja, es gibt bessere Ideen Unser anderes Auto ist schon irgendwo auf halber Strecke geendet Ich kann mein Geld nicht aufheben Ich glaube, den beiden waren ein bisschen fällig oder nie Dank Ja, danke Dankeschön, das ist sehr nett Du redest nicht in Direct, oder? Ich hol mal eben der Sonnenfrau Ist scheiße Ja, doch, doch, tue ich Ok Er poppt einfach weg Wie geil Was hat er gesagt? Was? Was? Also, ich verstehe sie ganz schlecht Muss ich sagen Das liegt vielleicht erreicht Das ist ein bisschen überlastig Das hat sie gesagt, ich soll nicht zu sprechen Ja, okay, dann müssten wir das auch nicht Alter, ist mein Auto gut Ja, hat er was? Cool, danke, mein Auto Ist jetzt mal eine Gefälligkeit von mir Ja, vielen Dank Ja, vielen Dank Das können sie mit dem Windows-T-Muskel Ah, damit geht das Okay, gut Windows-T-Muskel Windows-T-Muskel Am besten hinknie Am besten hinknie 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 Ah, super Und nicht alle außen rumstehen, weil sonst funktioniert das nicht Hinknie Hinterchen ist noch Wasser oder so Genau Haben sie denn eine Spitzsackel dabei? Ja, die haben wir Sehr gut Da liegt noch eine Dose auf taktischer Speck oder was das ist Es ist Regenstionsration, Heddy Ah, jetzt ist wieder alles da Dankeschön Kein Problem Wir helfen noch gerne Wenn das jedes Mal so abläuft, dann brauchen wir noch öfter Unfälle Nächst mal halt auch passen Und nächstes Mal bitte nicht als Abnenn-Anfrage schicken, sondern als Polizei an Das war aus Versehen, ist mir beim Sendungen aufgefallen Das ist ja kein Ding Das ist ja ein Atmen-Kar Gott sei Dank Hatt ich ja nochmal Glück Aber richtig Glück Ach, wie gesagt, dann wünsche ich Ihnen auch viel Spaß Dann sind wir auch wieder weg Ja, ebenso, Dankeschön Das ist einfach schwein Wird getan Tschüss Alter Haben die dir auch 150.000 überwiesen? Ja Alter Was geht mit denen denn bitte? 150.000 Ich warte dann noch so lange Ich bin bei 140 Natürlich bin ich bei 180 190 200 und abbremsen 200 und abbremsen Rennen wir los Gucken, wohin? Eh? Ah, 6 Meter, ja, da lang Ah, gut Ja, können wir Das ist Dämmerung und du hast den Dicht nicht an Schäm dich Was? Hab ich doch auch Nein! Nicht mit Vollgas vom Salz hier runterfahren Er sagt nicht, dass dein Auto wahr ist Ja doch, kannst du mich doch mitnehmen Na, soll ich dich wieder mitnehmen? Okay Also, ne? Ab, steig ein Ob hinten drauf so sicher ist? Nein Gott sagen, hatte ich einen Suizidgedanken Das war ein Schiff Eieieiei Ja Ich hab mir so überlegt, so will ich jetzt auf die Straße fahren oder will ich durchgegangen? Die Straße oder will ich nicht? 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 Und dann bin ich einfach geradeaus gefahren Also entweder in die eine Richtung abbiegen oder in die andere Richtung Weil die Straße hat plötzlich eine riesige Kurve gemacht Okay Es sind nur noch 2,8 Kilometer Oh je, noch 2,8 Kilometer Ja Liebe Ist das was ich denke? Nein Nein Aha Alter Sag nicht dein Auto ist kaputt Ich dachte das wäre ein Baum wo man durchfahren kann War es aber nicht Wenn das jedes mal so abläuft, dann bauen wir noch öfter Unfälle Dann schreiben wir halt dann eine SMS Dann schreiben wir halt dann eine SMS Entführen bitte markieren Ja, hat er es gerade geschrieben? Ja Ich glaube einfach wir sind gerade, sie sind gerade über uns hinweg geflogen Wie markiere ich denn nochmal? Hallo, hier unten Oh Gott, meine Stimme Ja, wir haben uns Ja, da gehe ich von aus Ja Es ist so hell hier Äh, wo ist unser Auto hin? Ich war das diesmal nicht, das war der andere. Mein Auto ist schon irgendwo anders kaputt. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Du. Du wirst gesehen. Ja komm mal ran. Du wirst gerufen. Ja, ich red grad. Wie lange sitzt du denn hier auf dieser Insel? Ja, noch nicht so lange. Ich glaube wir sind gestern angekommen. Ja, so ein paar Gehirnerschütterungen mit den Unfällen von gestern und heute. Ja, das Auto ist 52. Amt ist auch bei uns auf der Strecke geblieben, ja. Ja. Gut, danke. Werde? Entschuldigung. Boah. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Dankeschön, Herr Tedigan, Sie haben es gehört, die Kollegen bringen ihr Auto, dass sie scheinbar irgendwie verloren haben oder Kampel gefahren haben. Ja, das ist sehr nett. Ich glaub das wurde sogar geklaut mittlerweile. Ich hab's gesagt, ich bin mal kurz in meinen Gedanken verschwunden und ein bisschen nachdenken. Das müssen vielleicht... Echö. Einzel Argentinien. Wie gesagt, die Herren Kollegen fahren gerade mit ihrem Fahrzeug in unsere Richtung. Wir müssten jeden Moment einfrieren. Super, vielen Dank. Was haben Sie denn hier gemacht? Wie kommen Sie denn nach hier hinten und wieso fahren Sie in diesen Baum rein? Ja, das hat mich auch gefragt, wie er das geschafft hat. Ich bin irgendwie von der Straße abgekommen und ging und den Baum nicht gesehen. Ich bin schon weit von der Straße abgekommen. Es war dunkel. Kommen Sie mal her, Jo. Warte, wer? Wo ist der? Ich weiß gar nicht, wer das jetzt gemeint war, es war keiner von uns. Ja, das ist ganz wichtig hier. Es ist ganz schön dunkel in der Nacht. Haben wir gehabt? Niesmal fahr ich in der Nacht, ich hab wenigstens 80 Gerät. Alles wär ganz gut. Ich bin ja so nett, warten wir mal. Kommen Sie mal nicht mehr, kommen Sie mal nicht mehr. Jetzt kriegst du noch ein 80 Gerät oder was ey. Du, mitgehen. Ja. Nicht im Kreis drehen. Du bist nicht voll nur im Kreis. Ich hatte gerade einen Error. Wo ist er denn jetzt hin? Äh, äh? Hä? Da hinten. Ja. Geben Sie mal kurz die Schlüssel von Ihrem Auto, ich will Ihnen was reinlegen. Äh, wie gebe ich hin, wie die Schlüssel? Z. Dann auf Schlüssel. Dann Andreas Hertel auswählen. E-Chain. Andreas Hertel, GIF-Key. Ah, das Auto ist voll. Dann schau mal bitte den Auto in den Tag. Können Sie das bitte brauchen jetzt? Das hat aber schon... Äh? Du sollst auf T in den Inventar gucken. Ne, nicht T in den Inventar, sondern das andere. Welches andere? Ich hab keine Ahnung. Ich geh da nach T in den Inventar. Wie greife ich auf das andere Inventar zu? Also doch T. Also Mausradmuskel. Das sieht nicht gesund aus. Wie nutze ich die Night Vision Coils? Nutze ich jetzt die Nachtsichtsgeräte? Auf N. Ja, es geht los für mich. Ähm, die klauen mein Auto. Nur so zur Info. Die klauen dann mein Auto gerade. Äh, das steht auch hier. Achso, ne. Okay, doch nicht. Gut. Falsch. Ich bin noch leicht verwirrt. Naja, wir wollen ja uns mal an den ersten Tag erinnern, wo wir zwei die getroffen haben, wo die ihr Auto in der Inventar bekommen haben. Äh, 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 äh. Das waren noch Zeiten. Waren aber nicht sie, oder? Ähm, vielleicht. Oh, Moment. Jetzt fällt es wieder ein. Kollege, wo noch geht's, dann soll ich das schießen. Komischerweise irgend so'n Typ, das die Karre entwendet und hat dann nicht auf mein Sondersignal gehört und ist dann einfach abgehauen. Ja. An den kann ich mich leider auch nicht erinnern, weil das war... Ja, ja. Wüsste ich auch nur zu gerne. Wir freuen uns richtig an mit der Polizei. Ich hab 5 Millionen gekriegt! Äh, alter. Ja. Nur mal so als Frage, hat mir einer von ihnen gerade 5 Millionen gegeben? Hä? Also ich nicht. Dann bin ich mal weg! Ich hab auch 5 Millionen bekommen. Ne, keine Ahnung, äh, da steht aber auch kein... Also, ich hab keine Nachricht dazu erhalten. Nur die Meldung, dass ich jetzt 5 Millionen reicher bin. Okay, dann will ich ganz schnell zum ATM fahren, bevor es weg ist. Nicht, dass noch unser Drogendeal auffällt, gell? 5 Millionen! 5 Millionen! 5 Millionen! Ja. Was ist denn los heute? Alter, mit Polizei-Eskorte, was ist los hier? Richtig nice! Ja, sag mal einfach mal. Wie ich einfach so kleinart gesagt hab, so ja... Schnell bevor unser Drogendeal auffällt. Hast du's gesagt? Ja, im direkten Chat. Nicht, dass noch unser Drogendeal auffällt, gell? Wie, wat, wann? Ja, hab ich gesagt vorhin. Also, dass ich mir in 5 Minuten gesagt hab. Alter! Vielen Dank! Für Ihre freundliche Unterstützung hier. Wär's noch gerne. Ich glaube, das merken wir uns. Jetzt ab zum Verarbeiter. Wer darf denn nicht da hin? Ich kann ja wirklich Auto fahren. Oh oh. Ja, gut. Ach so, ja gut. Das geht nur schnell. Wir hängen fest. Ja. Ich glaube, wir hängen hier ein bisschen. Hilfe, wir hängen nur so rum. Auch bei den anderen war's noch besser. Jetzt hat er den Unfall gebaut. Gut, dass wir nicht die Einzigen sind, die so fahren. Der ist einfach gegen eine Maul gefahren. Ich glaube, wir können bei der Polizei anfangen. Er lacht einfach nur. Wir werden von zwei Helis verfolgen. Ist das normal, dass er zwei Helis uns verfolgen? Ist es normal, dass wir nicht die Helis sind? Ja, einer von uns, der andere ist Gegner. Und das beruhigt mich ja, dass das andere Gegner sind. Deswegen nehme ich... Ich fange da mit. Ach, sind wir ja schon da. Also, viel Spaß beim Verarbeiten, wir bleiben mal hier in der Nähe. Dankeschön. Da fehlt einer in der Todesanzeige. Äh, nein. Ich würde gerne noch weiterleben. Alles bearbeitet? Ich habe alles bearbeitet, ja. War ja nicht so viel. Gut. Ach, das heißt doch, das Auto hat ja auch noch was drin. Scheiße. Äh... Ich glaube, ich habe jetzt alles. Deswegen am besten war ich ja viel zu fahren. Fangen wir zum Verkäufer noch. Ja, ich muss selber fahren, das ist unfair. Es tut mir aber leid. Ich wundere, wir werden nicht durch die Rebellen-Shot fahren. Äh, und jetzt? Wegen Beschuss. Wo seid ihr hin? Das ist eine gute Idee. Ich glaube, die anderen haben uns verloren. Weil der Herr Fabian fährt ja selber. Ja, ja. Da ist ja der Kollege hinten auf der Ladefläche. Stimmt. Der kann ja Bescheid sagen, wenn er falsch fährt. Ich weiß ja nicht mehr, wohin ich muss. Oder sobald er falsch fährt, hätte man sagen. Wow. Rebellenstadt. Ich habe gleich mal die nächsten Posten mitgenommen. Ich fahre mit 120, aber... Oh, oh. Die nächsten Posten mitgenommen. Ich kann endlich dieses scheiß Nachtsicht wieder ausmachen. Und siehe wieder was. Naja. Ja, doch. Oh, da landet der Heli. Das sind nicht die Kollegen. Okay, gut. Verstehe. Nein. Oha. Okay. Ich bin... Ich bin gerade direkt an den... Alter. Ich habe... Was? Wir sind gerade direkt... Die sind bei uns gelandet und ich musste an denen vorbeifahren. Hä, ja. Ja. Wir sind nochmal gerade so ausgewichen. Auf einem anderen Weg. Ich glaube, ich habe alles richtig gehört, dass ich nicht selber gefahren bin. Er dreht einfach mal um. Hops. Da bin ich ein bisschen verkehrt gefahren. Ich wollte nicht zum Ghost Hotel. Ach, so ein kleiner Urlaub jetzt. Ja, aber nicht bei dem Hotel. Alter. Ja. Man ist zerfallen. Und dann wieder auf die Straße. Okay, das wäre nicht ganz so gut. Ich glaube, da sind die Betten dann ein bisschen staubig. Da sind keine Betten mehr. Ach, scheiße. Wir sind da. So, da wären wir. Super. Vielen Dank. Das kann ich. Die Kollegen brauchen noch einen Moment. Hier über deine 5 Millionen. Dafür die Action jetzt. Ja, wenn man die 5 Millionen jetzt hat, dann ist das nicht mehr so viel, ne? So, wo seid ihr? Ah, da kommen sie doch. Da kommen sie ja. Oh oh. Ja. Fahr vorsichtig. Ah, dankeschön. Hat er mich geheilt. Unsere LKWs mal holen. Ja, mit dem Geld, was wir vorhin bekommen haben, ja. Mir wird's ein bisschen einfacher. Hehehe. Ich wüsste mal gerne, wer das war. Tja. Ich weiß, wer das war. Okay. Das war unser Gespenst. Ach, der von ganz oben. Ich meine, seit 2-3 Tagen haben wir einen Gespenst und das verteilt gerne mal Geld. Ja, in sich sagt man da ja nicht nein, solange es sauberes Geld ist. Das ist sauberes Geld. Du hast gebucht. Ja. Das war man für die bestimmt besser als wir so, ne? Ich hab 60, 70.000 gemacht. Du Arsch. Joa. Joa. Gut, soweit alles verkauft. Habt ihr alles verkauft? Ja. Ja. Alles weg. Ich glaub, jetzt kommt ihr euch nicht noch mal uns helfen. Ähm, dann bringen wir euch jetzt mal runter nach Paros, wo ihr einfallen könnt. Oder so eine Garage, wo ihr noch einfahren wollt. Aber dann werden wir dann auch weiter mit. Gut. Okay, alles klar. He, super. Wir müssen hier einfach nichts machen, ey. Du nimmst jetzt grad alles aufm schneiden, bis dann... Da rösten Kulte 10 zusammen. Warte, sogar die komplette Kulte ist ja... Bin die jetzt scharf kommen? Nein, 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 nein. Nö, nö. Aber die gehen gerade. Dann nochmal vielen Dank. Achso, ich dachte, die wollte nicht abwauen. Okay. Die Kollegen stehen da oben. Ach, da. Ja, gut. Ich möchte eben auftanken. Dann euch noch einen schönen Abend und viel Spaß. Danke ebenso. Vielleicht hab ich's die Tage.